Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Ich bin jetzt gerade, übrigens nicht, nicht dass ihr falsch denkt, nein, nein, nein. Ich habe mein Handtuch und habe mich gerade fertig gemacht. Ja, heute ist Montag, Monday und ich habe gerade wieder versucht, mal Ohrlöcher bei mir da rein. Also da geht es von der Seite aus, aber die andere Seite, das ist schnell zugewachsen. Wir haben es 20.13 Uhr, das ist ein kleiner Daily-Arm-Vlog und ich bin heute 8.217 Schritte, das sind 5,77 Kilometer. Ich will natürlich heute noch ein bisschen mehr machen und ja, ich hatte vorhin noch Telefonate und so, deswegen vlogge ich jetzt erst. Ja, werde mich jetzt umziehen, also meine Schlaf und Sachen. Ja, und dann geht es irgendwann auch in die Heimat, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Wie gesagt, mir geht es hervorragend. Genau, deswegen hatten wir auch heute die Telefonate wegen der Arbeit und so. Weil gestern wollte ich eigentlich vloggen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht, weil das einfach ein bisschen wegen der Arbeit und so. Also ich war gestern übrigens negativ getestet worden. Also ja. Ja. Und ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe Minimum jetzt vier Kerl mehr abgenommen. Vorhin gab es einen leckeren Sarat zum Abendbrot und morgen früh geht es dann mit Meditation los. Ich würde so ein bisschen bei der Franklin. Kennt ihr ja den YouTuber. Ich finde ihn so mega cool und er macht halt gute Sachen und so. Ähm, ja, Meditation. Ich mache es aber nicht morgens um fünf, sondern ein bisschen später. Ähm, ja, weil ich ja morgen erst um 13 Uhr arbeiten muss, deswegen. Und ich würde mal sagen, ich melde mich dann später wieder, wenn ich ein bisschen anders auch schaue. Bis dann, tschüss. Pfft. Leute, so, fertig. Ähm, mit allen durch den Mundrahen. Ich wundere mich, warum ich meine Mütze aufhabe. Ich habe jetzt gerade, äh, meine Haare noch, finde ich ein bisschen nass. Deswegen, bevor ich dann reinkwärte oder sonst irgendwas, nicht immer. Auf jeden Fall, ja, ähm, Handballkram gerade. Ich habe hier noch in Norwegen geguckt. Ich wollte es euch nur nicht zeigen. Gesundheit, Gesundheit und Freude. Es sei auch mit dabei. Wie gerade, ich habe hier, glaube ich, wieder ein Klein. Übrigens, das ist total fast dick. Also, da bin ich nicht froh. Und ich wundere, warum meine Hand so ist. Ich glaube, das liegt wegen dem Wetter, weil es so kalt ist. Deswegen, ich finde das so ein bisschen Dings. Ich habe da auch immer Creme und so, aber, I don't know. Naja, egal. Ähm, jetzt ist gleich Bettzeit, denn ich würde morgen früh noch joggen gehen. Das habe ich mir jetzt so eingeplant, weil ich ja erst ein bisschen später arbeiten muss. Deswegen geht es morgens beim Joggen. Und da würde ich euch auch natürlich mitnehmen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und gute Nacht. Bis morgen in meinem Video. Tschüss.